Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist Fatih. Heute, Leute, machen wir eine richtig heftige Challenge. Hey, hey, was machst du da mal? Glauben, ihr kennt mich. Was ist los mit dir? Ey, die auch nicht. Leute, wie Ray schon gesagt hat, machen wir heute eine richtig krasse Challenge. Und zwar, Leute, wie ihr seht, haben wir einfach 100 Knöpfe. Mysteriöse Knöpfe auf dem Tesla-Freunde. Oh, mein Gott, ich freue mich schon. Leute, wenn man eins dieser Knöpfe drauf drückt, bekommt man entweder eine Bestrafung oder eine Challenge. Ich gegen dich, Ray. Dann würde ich sagen, Ray, bist du bereit? Ja, Mann, ich bin es. Okay, Leute, die Challenge hat offiziell gestartet. Dann würde ich sagen, drück ich als erstes auf den Knopf. Pause-Challenge. Pause-Challenge? Ja, Mann, ich bin die Pause-Challenge. Leute, mit dieser Verbedingung werde ich den richtig Hubs nehmen, Leute. Ray, können wir jetzt endlich zum Auto gehen? Komm, wir haben nicht endlich Zeit. Ja, können wir. Komm schon. Okay, Leute, wir sind jetzt im Auto und fahren zu McDonalds. Ey, Ray, hast du Hunger? Ja, Fati, bitte. Ich habe richtig Hunger. Leute, wir fahren jetzt zu McDonalds und ich werde Fati richtig überraschen. Ey, Fati. Ja? Pause. Man versteht dich gar nicht. Ray, ist ein Auto, Mann. Das ist gefährlich. Du brauchst ja gar kein Auto zu fahren. Du hast noch einen Tefla und du bist Autopilot. Ey, Fati, ich schmeiß dich gleich weg. Nein. Ray. Was ist das? Oder weißt du was, Fati? Ich kann die doch gebrauchen. Also, weiter. Ey, dir das meinst du eigentlich ernst? Ich bin voller Cola, Mann. Warum machst du das? Das war doch noch gar nichts. Hör damit. Das gehört jetzt mir. Nein, geh mal, die Färbeln nicht mehr. Nein. Ray, wir machen ein bisschen die Regel. Wenn wir eine Challenge machen, jeder darf einmal die Challenge machen. Also einmal Pause-Challenge. Du einmal Pause-Challenge. Ich, okay? Äh? Ja, okay. Nur weil du der Loop hier bist, okay? Guck, wo wir sind, Ray. Wir sind ja nicht bei McDonalds. Oh mein Gott, Fati, ja. Ich werde mir alles holen. Cola holen, Cheeseburger, McFlurry, Milchek, einfach alles. Warum warten wir, Fati? Komm, lass uns endlich gehen. Hallo, ich hätte gerne... Pause. Ray, ich mach das schon für dich. Ich hätte gerne bitte einen Salat. Ray, wenn du keinen Salat willst, dann sag es doch einfach. Beweg dich. Komm, Ray. Alles klar, Ray. Dann nicht. Boah, wie eklig ist das, Fati. Boah, Fati, ich hasse Obst. Ich wollte ein Backpack und keinen Salat. Oah, 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 oah. Oah, 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 oah. Sieh, es sonst doch, dann sind Salat. Ray? Ray? Hallo? Was, Bruder? Das ist zu eglisch. Ray, ich bekomme jetzt jetzt die Salat. Das schmeckt nach Kobikt. Salat, auf. Ich mag�at it. Wie eglisch ist das denn? Okay, Leute, wir sind jetzt schon seit drei Stunden in der Challenge. Ey, Ray, wie fühlst du dich? Oh, Fatty, lass mich nur in Ruhe. Ray, hör lieber auf zu reden. Du musst den nächsten Knopf drücken. Denn jede Stunde muss einer von uns einen Knopf drücken. Oh, ey, ich werde dann so verrückt. Jedes Mal kommen neue Regeln. Fünf-Schritte-Challenge. Ja, Leute, das ist einfach die Fünf-Schritte-Vorwärts-Challenge. Wenn ich Fünf-Schritte sage, dann muss Fatty einfach Fünf-Schritte-Vorwärts-Laufen, Freunde. Ray, weißt du was? Genau deswegen werde ich jetzt von dir weggehen. Ich werde jetzt nämlich Geld ziehen. Ich will neue Klamotten kaufen. Okay, Fatty, viel Spaß. Bis gleich. Bis gleich. Leute, guck mal jetzt, was passieren wird. Ey, Leute. Fatty geht jetzt zur Bank. Und er wird jetzt ein grünes Wunder erleben. Leute, Fatty hebt gerade Geld ab. Ich werde jetzt gucken, ob er schon das Geld abgeholfen hat. Komm, Leute, kommt. Ey, Fatty, was machst du da eigentlich? Was machst du hier? Ich habe doch gesagt, ich gehe Geld ziehen. Fatty, ich würde sagen, Fünf-Schritte-Vorwärts. Das meinst du doch nicht ernst. Doch, Fatty. Komm, Fatty, mach die Fünf-Schritte. Nein. Doch, komm schon. Eins, zwei, drei, vier, Fünf. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Leute. Ich habe auch das ganze Geld bekommen. Oh, mein Gott. Das drin rieche ich doch lieber als den Salat. Okay, Leute, ich bin jetzt am See. Irgendwo hier muss der Junge sein. Heute sind lauter Worte, aber kein Ray. Wo ist der? Ray? Ray, was machst du da? Was ist los, Fatty? Was machst du da? Guck dir mal meine schöne Weste an. Und diesen fetten Ferrari. Oh, ey, ich rede hier nur mit Gerichtfahrt. Ich habe gar nicht Spaß gemacht. Was ist das für mich ernst? Ist das ein Ferrari-Boot? Wie teuer war das überhaupt, Ray? Das wird einfach 1.500 Euro. 1.500 Euro mit meinem Geld? Ja, Fatty. Weißt du was, Ray? Da das mein Geld war, werde ich jetzt mitfahren. Was? Nein. Doch, ich fahre mit. Okay, von mir aus. Komm jetzt drauf. Oh, mein Gott, Leute. Die Rien sind richtig schnell. Ja, Mann, Fatty. Oh, mein... Oh, mein Gott, Ray, guck dir das an. Hallo. Hey, der hat mich irgendwie nuriert. Fatty, guck mal, was ich hier bei mir habe. Was ist das? Ist das Sushi? Und das schmeckt dir und Salat schmeckt dir nicht? Salat schmeckt gar nicht. Also das schmeckt so geil. Aber das kann ja ein Gerichtfahrt jeder wie du ja nicht verstehen. Das meinst du nicht ernst, Ray. Hi. Hallo. Ray, weißt du was? Du hast eins vergessen. Was? Fünf Schritte rückwärts. Oh, nein, Fatty. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, nicht hier, Fatty. Das kannst du doch nicht machen. Nein. Du hast mein ganzes Geld ausgegeben. Das hast du davon. Nein, Fatty, bitte. Ich hole dir das Geld irgendwie zurück. Aber bitte, lass mich das nicht machen, bitte. Du musst es machen. Das ist die Challenge. Oder willst du aufgeben? Nein, will ich nicht. Komm, Ray, los geht's. Eins. Zwei. Drei. Oh, mein Gott, Leute. Vier. Zwei. Zwei. Fatty. Zwei. Okay, Leute, komm. Springen. 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 Oh, mein Gott, Fatty. Ich kann nicht. Ich kann nicht auf. Fatty, helfen. Helf mir, Fatty. Das Wasser ist so kalt. Fatty. Mir ist so kalt. Du bist so schlau. Boah, ey. Was soll ich denn? Fatty. Ray, meinst du was? Ich werde das wieder gut machen. Das kannst du nicht gut machen, Fatty. Doch, doch, doch. Wir fahren jetzt einfach zum Ruby Park. Oh, mein Gott, Fatty. Ja. Wir sind wieder quitt. Ja, Fatty, komm. Lass uns losfahren. Oder Fatty. Wir können doch gar nicht von dem Auto gehen. Wir müssen noch jede Stunde auf den Knopf drücken. Abonnierst den Kanal. Oh, mein Gott, Leute. Wir müssen abonnieren. Leute, ihr habt es gehört. Abonniert jetzt den Kanal in 5, 4, 3, 2, 1. Die Zeit ist auf. Und Ray, wir müssen jetzt schnell machen. Ja, Fatty, komm. Hey, Ray, das sieht richtig heftig aus. Oh, wie krass ist das denn? Hey, Ray, guck dir das mal an. Einfach ein Polizeiauto. Oh, wie krass ist das denn? Der sieht aus wie der von Simpson. Ja. Hey, Ray, somit direkt auf den Tower. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hey, komm, den nicht hier aus. Oh, mein Gott. 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 Hey Ray, ich glaube auf die Achterbahn darfst du nicht, das ist genau als ab 1.30 Uhr. Ist das dein Ernst, Vati? Das ist so ein Trudel manchmal. Oh mein Gott! Ray, bist du hier? Es kann nämlich wahr sein, wo ist der Junge? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, diese Befeindspinner. Was denn? Ich habe dich aber nur geprankt für die Sache im Wasser. Das sind meine Freunde aus dem Movie Park. Ich hab den einfach aus dem Movie Park geholt. Ey, das meinst du eigentlich ernst. Wie kannst du das machen? Ey, Vati, ich hab dich einfach geprankt. Ja, okay. Hallo. Es reicht. Ihr könnt aufhören. Ein Zehner für dich, mein Lieber. Danke für deine super Leistung. Hier ein Zehner für dich. Hallo, hallo. Okay, und ein Zehner für dich. Ihr könnt jetzt gehen. Ihr könnt gehen. Tschüss. Tschüss. Das meinst du noch nicht ernst. Das kannst du noch nicht machen. Weißt du, was ich für eine Schrengeschatte hatte? Vati, ich bin der Frank Master. 500.000. Okay, Leute. Wir haben schon fast 22 Uhr. Und die Challenge geht schon fast 9 Stunden, Freunde. Ich bin so erschöpft, Vati. Ich kann jetzt einfach nur einschlafen wie ein Baby. Vati, jetzt bist du dran mit dem Drücken. Ja, okay. Alles klar. Wer länger im Tesla bleibt. Oh, mein Gott. Nein. Hey, jetzt sind wir hier noch eingesperrt, Leute. Wer länger im Tesla bleibt. Ich kann das nicht fassen. Weißt du, was Vati? Ich werde nach hinten gehen. Ich will schlafen. Nein, nein. Nimm deine stinkigen Füße weg. Weißt du was? Es wäre gut, dass du hinten bist. Denn du verpasst deinen größten Spaß. Ich habe die Playstation 5 dabei. Okay, Leute. Eine Runde vorne, der kann niemals schlafen. Komm, los geht's. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Leute. Ey, Vati, ich bin da richtig gut geworden. Ey, Vati, ich will auch spielen. Nein, du wirst ja gar nicht spielen. Ey, bitte, Vati, bitte. Gib mal die Kontrolle. Was brauchst du? Guck, hier, jetzt bin ich viel besser als du. Bitte. Ich bin immer versteck, ich muss nachladen. Du schaffst das Korn. Da ist er. Oh, guck mal, wie schön gelesen hat er. Oh, mein Gott, ja. Ich habe mal gesagt, ich bin der krass. Ich glaube, okay. Okay, Leute. Wir haben jetzt gerade 0.30 Uhr. Und ich kann dich mal freuen. Ich bin so müde. Mein Gott, Leute. Ray ist einfach eingeschlafen. Steh auf. Du darfst nicht einschlafen. Ich bin voll müde. Lass mich. Warte, du weißt doch gar nicht, was ich mitgenommen habe. Steh auf. Was denn? Ray, guck mal, was ich mitgenommen habe. Was ist das? Das ist ein Ouija-Bot. Damit können wir Geister beschwören. Boah, wie gruselig ist das denn? Wir können einfach mit denen reden. Frag dem Geist mal was. Ey, Geist. Werde ich die Challenge gewinnen? No. Das heißt nein auf Englisch. Ist der Amerikaner? Ja, weil er Englisch redet, ne? Aber das kann nicht sein. Ich glaube dem nicht. Doch, doch, doch. Ich gewinne die Challenge. Ich werde die Challenge gewinnen und ich glaube meinem Gehirn. Also lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, Falti. Was ist passiert? Die Lichter sind ausgegangen. Oh mein Gott, Geist. Das war noch ein Witz. Ray, nein, wird es gemacht. Ich habe noch ein Witz gemacht, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert hier? Falti, was passiert hier? Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Oh mein Gott. Selbstzerstörungsmodus aktiviert. Selbstzerstörungsmodus? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, Falti, das ist ein Countdown. Was ist ein Countdown? 30 Sekunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist aber Wahnsinn. Ray, nur noch 5 Sekunden. Ich will doch kein Vorhang. Ich will doch nicht explodieren. Ich höre jetzt ab. Was? 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 Das war nur ein YouTube-Video? Was? Das war nur ein YouTube-Video? Ey, nein, Falti, du bist das aber geil. Ray, du hast dich wohl mit dem richtigen Prankmaster angelehnt. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann.